Ach ja, das was ausgeleuchtet ist, könnt ihr schon abarbeiten. Ich leuchte es alles nur mal aus, dass die Zuschauer das Haus zum Teil mal sehen. Was wir denn hier für Höhlen-Systeme haben und nicht nur die Hälfte sehen. Hust. Ähm, da. Wow, 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 was hier? So, wo bist du? Äh, es hängt gerade ein bisschen. Ich komme mal eben kurz zu den Treppenstufen wieder raus. Jo. Hier unten bin ich. Und immer dran denken, wenn ihr euch verlauft, ist das die Schuld der EVB. Wieso? Darum. Ja, und wenn ihr zu spät kommt, auch. Wenn man den falschen Bus nimmt, ist es auch die Schuld. Ich glaube, ich sollte mal lieber irgendwo hingehen, wo man mir hilft. Ich sehe gerade zweimal Grimmsau. Das connecte wir. Ja, ich sehe auch tote Schafe, also. Ja, sie sollte ich wie nie klapse. Ah, danke. Ich sage dir, warum du keine toten Menschen siehst, ist ja noch alles okay. Das ist als wenn man mal der Großmutter, die neben mir fliegt. Ja, ey, ich sehe gerade einen halben Nikolai in der Treppenstufe. Also, ich sollte mir wirklich Sorgen machen um meine Gedanken. Einer von bin ich ja tot, aber. Also, sieh doch ein toten Mensch. Nein, Mensch, ist es nicht. Das ist ein Außerirdischer. Ja, das ist ein Nikola, das sagt schon alles. Der ist vor Planeten dumm. Nein, das sage ich jetzt nicht. Das wäre beleidigend. Egal, das ist nur die Wahrheit. Also, wer folgt mir? Ja, ich sofort. Ich habe Freunde auf der Fiction von Netto. Und ich habe Freunde aus Italien. Ich habe Freunde aus der gesamten Welt. Ey, gleich sind meine Sachen weg, wenn es so weitergeht. Möchtest du dich mit meinen 1200 Homies aus Amerika anlegen? Ja. Klar. Oh, weil die auch wegen so einem Beep extra nach Deutschland kommen. Kannst denken, was das Beep jetzt heißen sollte. So, wo bist du, Alasar? Äh, runtergefallen ins Wasser. Wir kommen bestimmt einige. Sehr genau Beschreibungen. Ja, ich... Runtergefallen ins Wasser. Ich mache mich gerade aus dem Weg. Trifft ja auch nicht auf die Hälfte der Wege hierzu. Nein. Ah, ich sehe dich. Hier, hi. Wo denn? Wo ist das Spawner? Dün, 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 dün. Ich fühle ihn gerade hin, Nikolai. Dün, 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 dün. Da unten. Ah, okay. Hast du keine Fackeln? Nein. Hier. Komm her. Nein, halt nicht. Da kommt das Wasser rein. Lass sie nicht schon wieder abschießen. Alles. Noch bin ich da... Leider ist mein Problem, dass ich keine Fackeln besitze. Ja, ich habe die welche hingeworfen, aber du wolltest die ja nicht. Dort. Ja. Ich kann's halt. Nicht. Ich weiß. Ich bin ein voller Loser. Darauf willst du jetzt kein Argument. Ich will Gott sagen, daraus ist keine Antwort. Äh, das war keine Frage. Doch, es war... Nein, es war keine Frage. Ich wusste schon die Antwort. Und man muss sich sagen, dass ich ein Schwerer bin. Selber so rum und zu ihr. Genau. Das ist richtig gemeint, wir sagen nur die Wahrheit. Genau. Äh. Äh. Versteht's trotzdem noch nicht. Wir haben jetzt ca. Wir haben jetzt bald eine Stunde voll. Wie lange wollen wir noch aufnehmen? Oh, so 14 Stunden. Oh, eine Garte, so mit ihm. Äh, ja, ich muss kurz disconnecten. Ah, ich werde attackiert. Und wem? Wohl. Angriff der Killerzombies. Was hattest du alles mit, Erlässer? Vieles. Merke ich. Kann ich dir mal ganz kurz ein bisschen was geben? Klar. Äh, wenn man immer ein Tars voll... Man ist nicht? Aua. Da reift mich schon wieder was an. Das heißt Skelettspawner. So, ist da noch drin? Irgendwie fehlt mir grad mal ne Schaufeln. Stell ich grad irgendwie fest. Hier. Pass ein paar. So, roßfleisch. Äh, das, das, das. Ich entleer nur mal ganz kurz mal ne Mental. Und hier hast du auch Fackeln. So. So. Erstmal ganz kurz bitte hier diesen grünen Stein rauszureißen. Grünen Stein? Auf dem Boden. Einmal den gesamten Boden aufreißen, so gesehen. Das gutste war, ich hab mal unter einem Dungeon, ein Dungeon gefunden. Hehe. Hab ich auch schon. Schon mal zwei Dungeons angesehen? Ja. Wo hast du eigentlich deine Sachen, die du nach oben gebracht hast, hingelegt? Die Küsten. Irgendwie versucht einzusortieren, oder was? Ja. Sonst, ähm, tut mal bitte die in der Mitte rein. Das heißt, in der Mitte raus? Ja. Dass die Zuschauer mal so ein bisschen sehen, was wir hier alles rausgeholt haben. Okay. Lass sie ihn machen. Okay. 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 Das sollte nicht das Problem sein, oder? Wahnsinn, weil wir still, ey. Jo. In welcher in der Mitte meistern? Die mir die Werkzeugen rauskriegen? Ganz in der Mitte ist noch. Oh. Die mir die Werkzeugen, aber wie? Ja, keine Ahnung, ob da Werkzeug drin ist. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ach, da ist Werkzeug drin, ja. Kommt schon an. Oh, Lava. Ach, dein schönes Loch. Da geh ich nachher rein. So. Ja. Meine Eisenspitzsack ist gleich kaputt. Schon? Ja, ich benutze gerade die ganze Zeit Eisenspitzsack, weil ich zu faul bin, mir eine neue zu craften. Aber egal, ich habe jetzt mittlerweile 39 Eisen wieder mit rausgeholt. Oh, das finde ich schon was. Ja, und zwei direkt, drei Sattel. Können wir ein Schweinsrennen bald mal machen. Ja. 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 Drück die Daumen. Ja. Welche? Deine. Die Daumen? Ja, stell mal vor. Katzenohren. Ich habe aber, ich bin eine Katze, Katzenohren, aber kein Daumen. Ne, Christopher? Ja. Ich hätte jetzt irgendwo rum erwartet, aber... Boah, wo? Oh, wo? Daher auch mit. Ganz zu spät. Boah, was ist denn hier unten los? So. Äh, nee, äh, Nikola, ich glaube, du verstimmst, verstehst du es als einziger? Das ist, ähm, was ich denn meine, wenn ich sage, dass es schlimmer wird. Ok. Ok. Hast du es entstanden, oder? Ich hab' voll verstanden. Ok. Wer hat hier die Lava weggemacht? Bestimmt Green, weil er Angst hat. Wer die Lava? Hier bei mir. Nur zu Lava entfernt. Du kannst jetzt zwischendurch schon mal die Shuffle craften und dann halt alles Dreck und alles aus den beleuchteten Gang raushauen. Kommt für mich auch gleich noch rein. Nur ich leuchte noch mal mit dem Rest aus. Also jetzt hier alles an Dreck wegmachen? Genau, halt in den Gang rein. Ok. Hey, wo kommt hier Wasser her? Achso, hier. Au. Au, hi. Hi. Hast du hier schon viel ausgeleuchtet? Ich bin gerade runtergefallen hier. Ich bin Loch an der Decke. Schon wieder? Ja, dasselbe Loch wie eben. Du hast es drauf. Weißt ja, mein Auge sieht man von weg. Ich seh schon in den Kommentaren seh- äh, ich seh schon in den Kommentaren. Du hast Kohle übersehen. Du hast Kohle übersehen. Mensch, macht's doch einfach selber. Ja, boah. Geht nicht, aber es sieht nicht. Mhm. Egal. Ich könnte aber selber einen LP machen. Ja. Wir kommen als erstes Kommentar wahrscheinlich, wir haben Eisen übersehen. Ja. Wer, wer hüllt hier die... Äh, ja. Und wer macht das wieder richtig, was ich hier ausgrabe? Hä? Wie ausgrabe? Ich grap hier grad Dreck weg. Das bleibt so. Ich hab den Dreck am Stecken. Nee. Ja, Green, der einst wieder Dreck am Stecken hat, ist bist du. Warum mich? Weißt du ja, Ice-Player, weißt du ja. Nee, du. Warum mich Ice-Player, dann Dreck am Stecken hier mal. Mir doch egal. Oh. Äh. Ach komm. Toll. Ein Eisen zu wenig, sonst hätte ich mir einen Eisenspitze gecraften können. Oh. Oh Mist. Drei Stacks Kohle fast. Hat sich ja gelohnt für die erste Höhle. Ja, ich hab auch fast einen Steck. Ja, deswegen am besten alles in der Mitte rein. Dass wir dann am Ende mal so ein bisschen sehen, was wir alles hier rausgeholt haben. So. Bis auf halt Dreck und Gravel und Cobblestone und den ganzen Kram, der kann halt. Oh, schade. Ähm. Ja, bitte. Möchtest du was sagen? Nein, ich baue hier nur gerade Mist. Ah ja. Seit wann kann man Mist bauen? Ich weiß es nicht. Äh, du will mich keine Tutorial verschicken, wenn du willst. Ähm. Ja. Schick mal Link. Meine Aufnahme. Du kapierst den Sinn nicht. Den Witz hast du mir sogar noch erzählt. Geschweige denn erklärt. Ja, was meinst du? Link schicken. Oh. Ich hab tatsächlich fast Gold übersehen. Was für Link schicken? Hä, was war ja? Egal, erklär ich dir nach der Aufnahme. Jetzt was ein Witz denn? So. Oh, hier ist noch cool. Ich musste ne Menge Witz erklären dann, was so. Ja, ja, als ob du besser wärst. Wir haben einfach unterschiedlichen Humor. Total unterschiedlich. Genau, Tobi hat zum Beispiel einen schwarzen Humor. Ey! Was soll das denn heißen? Also, ich hab einen schwarzen Humor. Ja, Nicolai, was sagst du wie ich bin? Keine Ahnung, OSC? Ja. Hast du grad OSC gesagt? Versteht er nicht. Er gehört nicht dazu. Wer ist denn auch? Außenseiter. Warum nicht? Als Außenseiter verdienen ich viel Geld. Also, wirklich cool. Wir sind cooler. Genau. Wir sind Eisklötze. Ja. Du oder so? Wir haben als finalen Boss Mima. Oha. Oh, ja. Es ist auch schlau, Eisen, das man grad abgebaut hat, wieder unter sich zu platzieren, oder? Ja. Ein bisschen. Ey, Christoph, hättest du Bock auf nen Co-Kommentar-LP? Na, mal schauen. Kommt sich abwechslung. Er zockt. Er zockt. Ein wenigstens zwei Teams für nachher was? Hast du mich auch schon gefragt. Hat aber nicht von dem Spiel. Ja. Das wird sich für andere Spiele gefragt. Schlau-Meyer. Ja, warum nicht, weil nicht Bock auf so was? Ja. Wir beide müssen mal gucken, was wir hier bei dir. Äh, Windows Live, ne? Bei mir. Ja. Das ist auch so wichtig, weil ich Windows 7 hab. Ja, der braucht so Windows 7 für bei mir. Na, der macht das nicht. Wer will, wenn er, wenn er rennern will. Was soll das? Was soll das? An alle Zuschauer, die uns dieses gar nicht Geräusch gehört haben. Lacht euch krank.